Hallo all of my love, it's Jokabang liebe Freunde, raten mal wo ich bin. Hallo Leute, raten mal wo ich bin. Ich bin natürlich in Tokio, aber in einem anderen Stadtteil Tokio ist ja riesig. Schade, das regnet. Guck mal hier, so viele Wolken. Schönes Gebäude. Da hinten ist auch so ein Riesental. Hi. Gute aus, gell, Leute? Jetzt gehe ich mal diesen Viertel mal spazieren im Regen. Raining it again, it's raining it again. Das kann ich nicht mal singen, Leute. Hier sind überall Job, Unigo. Wir haben 20 Uhr, Leute, und viele Menschen sind noch auf der Straße. Oh, hier, ich gehe so in eine kleine Gasse. Das sind verschiedene Restaurants, so mini kleine Restaurants. Bars. Guck mal, das ist ein kleines Restaurant. Hier ist ein kleines Restaurant. Hier, wie klein wir sind. Ey, schon spannend hier, Leute. Das ist voll süß, Leute. Mini kleine Restaurants, ja. Und Bars. Mini kleine. Leider, es regnet, ja. Sonst hätte ich so schöne Bilder machen können. Sehr schön hier. Von München. Das ist so, ich glaube, es ist so, dass Sie noch nicht auf die Stelle sind. Das ist so, ich bin jetzt empfiehlt.